Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute wieder ein Rezept mitgebracht und zwar für diese unglaublich leckeren Brownie Kirschmuffins. Sie sind super einfach und schnell zubereitet und eignen sich perfekt als Meal Prep Frühstück oder als Snack für zwischendurch. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr sie nachmachen könnt. Wir benötigen 50 Gramm Proteinpulver, ich benutziere das Battle Whane der Sorte Schoko Brownie, 80 Gramm gemahlene Haferflocken, 15 Gramm Backkakao, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Ei, eine kleine Banane, 60 Gramm Sauerkirschen und ca. 60 Milliliter Mandelmilch. Das kann etwas variieren, je nachdem wie dick oder dünnflüssig dein Proteinpulver wird. Und hier auch noch der Hinweis, meine Supplements sind alle von BigZone und mit meinem Code ANI10 sparst du dort immer auf alles 10% und unterstützt mich für meine Arbeit. Einen Link dafür packe ich dir unten in die Infobox. Wie bereits gesagt ist die Zubereitung super einfach und dauert keine 5 Minuten. Wir vermengen nur alle Zutaten außer die Sauerkirschen und pürieren sie schön fein zu einer homogenen Masse und ebola, fertig ist der Teig. Dann nehmen wir uns Muffinförmchen und fetten die Sauerkirchen. Und meine absolute Empfehlung, das Cookingspray von BigZone, damit lässt es sich perfekt portionieren und verteilen. Dann geben wir den Teig in die Muffinförmchen, bei mir werden es 6 Stück. Und verteilen die Kirschen gleichmäßig auf den Muffins. Anschließend kommen sie für 12 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch noch unglaublich lecker und haben super Nährwerte. Ein Muffin hat 125 Kalorien, davon 10 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Kohlenhydrate und 3 Gramm Fett. Das kann man sich definitiv mal gönnen und ich bin super gespannt auf dein Feedback. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.